Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. König, Herr Gold. Dr. Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicherlich ausgehend. Lass ihn nicht verlaufen. Scheiße. Verdammt. Das ist wirklich krass. Wie viel weiß, Ellie. Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Das ist wirklich krass. Ah. Das war's. 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 Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehme's mit ins Grab, wenn's sein muss. Das war's. Amen. Amen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hello? Ellie? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute, sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlass mich drauf. Ich will. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hey morgen sorry ich habe total verschlafen geht mir eine minute ich ziehe mich schnell an war wohl noch ganz schön was los als ich weg war ich sie hat mich geküsst das war einfach nur typisch stehen es hatte nichts zu bedeuten ich meinte eigentlich deinen streit mit self wat du und dina ich dachte wir sind eine woche getrennt und du machst dich an sie ran sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen ich hab nicht ich würde echt nie ich zieh dich nur auf man es ist mir egal zieh dich an du bist so ein idiot schon eine schräge nummer von riecht ok ok hey ist joe wach scheiße klappe sollte gerade aufstehen wirklich hast du alles pass auf du bist heute morgen das stadtgespräch was habe ich das richtig verstanden du hast dina geküsst sie hat mich geküsst und deshalb nannte es hätte ich was nicht so nettes japan und dann warst du sauer auf johle den teil raff ich nicht war eine schräge nacht man klingt aufregend maria möchte mit dir reden wo ist sie im diner ich weiß ich will nur nicht dass du denkst alle alles cool versprochen danke dass du denkst dass du denkst dass du denkst Hey, Jesse. Oh, hi. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hinten. Nee, natürlich nicht. Braucht wirklich nicht ihn aus. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Oh, scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich, äh, habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Hm. Riecht gut? Gern dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten. Da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig. In letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann jemand anders übernehmen. Erli, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Erli, hast du kurz Zeit für mich? Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey Dina, es gibt Arbeit. Gib mir ne Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Oh Gott. Hey Dina. Können wir reden? Hey Leute. Ich bin raus. Ach Mann. Für wie lange? Hey. Hey. Ähm. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich... Ich fühl mich nur mies. Warum? Weil ich schuld an dem Ganzen war und... Ich... Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken. Schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst... Nein, ich interpretiere da nichts rein, also... Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay. Wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiel doch nicht mal mit. Weil du feige bist? Seidling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so? Lauft lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheißer! In Deckung! Los, los! Oh! Treffer! Wir machen euch alle, ihr Verlierer! Au! Der wird ganz schön hart. Ja, ich meine... Cool. Sag's nicht einmal. Na warte, dich krieg ich, du Zwerg. Du bist mies. Gefällt dir das? Ich seh dich. Oh, okay. Komm gleich rüber und zeig's dir. Aber echt. Oh, verdammt! Bump, friss Schnee. Bump! Das hast du! Oh, versteck dir einer. Nein, nein, nein! Friss Schnee! Aua! Ich weiß, wo du wohnst, Alex. Eure Eltern haben euch nicht lieb. Oh, Schnee! Woher kannst du das? Au! Oh, Mann! Ich bin im Kragen gelandet. Okay, okay! Unfair! Na, wie war das? Hey! Hey! Wollt ihr noch mehr? Oh! Auf sie! Das ist hilfreich! Damit kommt ihr nicht davon! Oh, wow! Run! Jeff! Ihr Mann, da! Ellie! Hey! Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Oh, Mann! Bin wohl selber schuld, was? Yep. Gehen wir. Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Hier wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. Morgen! Hey, Ladies. Ich bringe Sie rein. Danke. Danke. Ah, das Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Hey, Shema. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja, ja, ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffnet das Tor. Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie's läuft. Den Routen folgen, Lockbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Okay. Das war's für dich. Untertitelung des ZDF, 2020